hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen felder land wir müssen hier noch unsere ballen verladen und was die katastrophe daran es ist wir haben noch ein ganzes feld voller ball aber ich denke zu zweit geht es glaube ich sogar recht schnell aus diesem grund habe ich eigentlich den plan dass man nachher den telelater doch den telelater mitnehmen zum feld und dann können wir nämlich parallel arbeiten das ganze ein bisschen schneller so jetzt kommt der spannende teil Hier ist noch der Spannendurt. Ah, das sehe ich gar nicht. Aber ich glaube, mit dem kommst du weiter hoch, dann geht es besser. Ja. Aber das wacke ich, ey. Ich kann es dann inzwischen hochfahren. Dann komme ich mit dem Hänger. Ich kann den auch dran machen. Ah, ja. So, ab geht's. Ja, warte mal. Ich wollte gucken, ob wir da... Ne, da ist noch Zeug drin. Boah. Das ist ganz schön Arbeit. Der fährt sogar relativ flott. Was fährt denn der hier? 40? Oh. 42. Ich glaube, der Marcel fährt gar nicht so schnell, oder? Du, wie schnell fährt denn der Trecker? 35. Ah, ja. Dann war es gut, dass ich den Anhänger gleich mitgenommen habe. Ja. Aber mit dem Anhänger, da können wir wenigstens auch was anfangen. Nicht mit so einem kleinen Teil. Äh, wie viele Ballen liegen noch... Liegen auf dem Feld überhaupt noch Ballen? Schon ein paar. Okay. Aber ihr hinterer Teil, oder? Ja, schon eher. Und eher links liegen noch welche. Okay, dann fahre ich mitten aufs Feld. Ja. 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 Äh, vergiss das Gewicht nicht, gell? Ja. Gott. Okay, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Der hat ordentlich Probleme. Naja, wir sind ja zu zweit. Na, wir müssen mal den Anhänger runterschieben. Oder ich fahre an die Seite. Ich glaube, ich fahre doch an die Seite. Oder? Soll ich... Soll ich... Soll man einen Anhänger auf dem Feld stehen lassen, oder nicht? Ich würde auf dem Feld, oder? Okay. Okay, hier geht es auch ein bisschen berghoch. So. Soll ich... Ich habe gerade überlegt, ob ich zwei nehme... Äh, drei nehme, aber... Okay, doch. Ich nehme doch drei. Eigentlich habe ich gerade gedacht, nee. Geh auf Nummer sicher. So. Bei mir genau nur zwei. Dann muss ich ja... Nehme ich halt noch einmal ein. Ja. Ach so, ich fahre auf der Seite. Aber ist ja egal. Ich fahre auf... Derzeit sa长 nach. Und ich fansche Welt. Ja, ich mich nicht. Und ich whack jetzt noch einen Pfeil. Ja, das ist schon됐. Dann kommt's jetzt in... Dann fahre auf den Fensteten. Und ich weiß, irgendwas übersehen. Sie それ ist, was solltest du? Und der hat hier aber schon Probleme. Ich glaube aber, dieses ganze Ding hier ist in echt ein bisschen einfacher. Zumindest wenn man vorne sieht, was man dran hat. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Ich habe das noch nie in echt gemacht. Oder geschweige denn so tatsächlich. Jetzt werden wir fast die Ballen abgehauen. Nein. Weiß. Ich will das jetzt irgendwie. Ich will bei mir gerade irgendwie nicht so. Ja warte, halt mal dagegen. Ach du? Ja, ja, ja. Jetzt kannst du ein bisschen schieben. Stopp. Noch ein Stück. Oder ich hebe meine mal, ups, ich hebe meine mal ein bisschen an. Da. Mach ich so. Gut. Jetzt sind wir wieder zu nah bei mir. Stopp. Gut, dann hole ich noch drei für hinten drauf. Jo. Aber kriegen wir noch einen vierten oben drauf, ja oder? Na klar. Habe ich vorhin auch gemacht. Und da liegen noch mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ballen liegen hier noch. Ei, ei, ei. Das andere Feld ist auch noch voll. Wieso, du kdest? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war jetzt natürlich doof. Das war jetzt schon mal. 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 Diese doofen Rungen, die da mit verbaut sind. Das war jetzt schon mal. Ich berge mal kurz da drüben. Das war jetzt schon mal. Das war jetzt mal ganz schön verflixt, weil dann hast du den Ball. Und dann ist er wieder lose. Dann hast du ihn doch wieder nicht. Das ist schon ein bisschen tricky. Dann passiert das. Das war jetzt. Das war jetzt schon mal. Das ist unglaublich bei dem Anhänger. So. Ja. Ja. Die Anhänger machen wir noch voll. Dann ist Feierabend. Ja. Ja. Kriegst du die einzelnen da überhaupt ganz oben drauf? Nee. Da wahrscheinlich nicht. Äh. Ich hab ne Idee wegen dem einen Ballen da. Äh. Wegen hinten. Wir können die doch quer reinladen. Wie cool. Ah. Mit dem wirst du längs nehmen. Weißt du? Ihm. Das müsste ja kein Problem sein. Wo legst du den Anhänger runterfahren dann? Ja. Kannst du dann machen. Dann hole ich die anderen Ballen. Oh. Geht. Ah ja. Geht doch viel einfacher. Gut. Nee. Komm. Wir machen jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst kein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Muss noch ein bisschen vor. Ah. Deine Gabel hängt. Ja. Der Zinken hängt. Ah. Wir haben ja keine Lust mehr. Ja. Bis morgen. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.